So Freunde, wir sind zurück aus Bayreuth und ich wollte mich dafür bedanken an alle, die den Livestream geschaut haben, die mitgefiebert haben und die ganzen lieben Nachrichten und Feedback, was ich bekommen habe. Ich war leider erst sehr enttäuscht, weil mein 50 Kilo Dip nicht geklappt hat, aber das macht es auf jeden Fall schon deutlich besser, das Ganze zu verarbeiten. Und ja, diese Woche war das Wetter in der Box richtig gut, deswegen haben wir ein paar richtig nice Boxshots von euch und die zeige ich euch jetzt. Intervall Training macht auf jeden Fall immer Spaß, aber ich glaube, unsere Leute waren auch froh, dass es zum Schluss noch einen Cooldown gab. Am Ende vom Vlog zeigen wir euch noch den stärksten Dip vom Wettkampf. Das ist zum Beispiel was, was mich wahnsinnig motiviert. 190 Kilo, unfassbar geisteskranke Leistung. Einer der stärksten Dipps weltweit.